so da sind wir wieder fängt ja gut an na gut wir sind oben ja gut wir wollten gerade gucken von wem wir genug haben davon zum beispiel was haben wir denn so an farben blau und grün ja den rest können wir uns dort vor ort holen mit knochenmehl von wir auch nicht mehr als so viel haben wir kommen gar nicht dazu knochen zu sparen so schwarz möchte ich eigentlich vermeiden es ist so negativ grün haben wir noch ein bisschen könnten wir hellgrün raus machen aber mehr na gut dann gehen wir doch mal zu unserer baustelle übrigens die karte werde ich jetzt nicht noch mal upgrade und wegen der brücke habe ich einige ideen im kopf aber keine ist so gut dass wir sie sofort umsetzen müssten ich lasse mir da ja immer noch ein bisschen zeit und denkt gemütlich darüber nach was man machen kann irgendwas fällt mir sicher ein und dann wird es legendär toll so jetzt habe ich natürlich nichts für den boden dabei aber da findet sich sicher auch noch was na gut die ecke hat jetzt eine verdammt hohe skyline wenn man so guckt fällt der berg hier gar nicht mehr so auf erst mal brauche ich eine handvoll dreck das hätten wir auch mitnehmen können mir kommt gerade noch eine tolle idee wo ich die lava blöcke sehe haben wir davon noch ordentlich was obwohl so toll ist die idee gar nicht dann kann man nicht mehr durchgucken hier kriege ich ja meine handvoll dreck größer ist der platz hier nicht ich dachte der war noch etwas wuchtiger da vorne haben wir einen weg dann würde ich sagen wir haben ja erstmal alles auf die höhe runter müssen natürlich rücksicht auf den bassin da vorne nehmen und ich brauche ein bisschen sandstein die fläche hier unten könnten wir auch gerne aus sand machen das stört mich jetzt nicht sonderlich vielleicht auch sogar ganz schick so ein sandboden haben wir bisher noch nicht müssen wir uns dann mal gedanken über beleuchtung machen etc pp ja ja alles so kleinigkeiten größer ist die fläche nicht ich hatte so größer in erinnerung ach wird schon reichen gut dass wir hier nicht das labyrinth machen wollten dafür wäre die fläche eindeutig zu popelig ich habe heute einen staubsauger gegönnt das auch schon gleich wieder in den laden zurückgegangen die geschichte ist eigentlich sehr interessant ich hatte war heute im kaufland da war ein der devil staubsauger recht guter der war wohl vor kurzem im angebot da war der von 160 auf 100 reduziert und scheinbar hatten sie welche über denn der war heute noch mal um 50 prozent runtergezeichnet naja habe ich gedacht ach guck mal das ist ein schnäppchen den nimmst du jetzt einfach mal mit dein alter staubsauger taucht eh nichts mehr und deinen selbst saugenden saugkopf hast du dann noch warten bis der ja habe bezahlbar wird also ein bisschen preiswerter als jetzt naja lange rede kurzer sinn habe das ding gekauft mit nach hause geschleppt ausgepackt und da kam mir schon so eine richtige dreckwolke entgegen und so dann ist die fläche gleich schon platt da ist die fläche aber platt dann noch ein bisschen hier unten den dreck und den stein rausholen machen wir doch erst mal ein stack sandstein dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr platz hier und gut dass wir keinen dreck mitgeschleppt haben denn davon gibt es hier scheinbar genug dort wie schön einfach es sich mit maus und tastatur bauen lässt ich habe mir das spiel portal knights für die switch oder vielmehr auf der switch geholt ich hatte es zwar schon im early access mal im steam gekauft vor langer langer zeit aber ich dachte mir ja so kommen auf der konsole spielen hat immer was da kannst du schön im bett chillen und das ist ja gemütlicher als hier vom pc ja doch ich sag mal mit gamepad bauen ist nicht gerade der größte luxus habe ich festgestellt da gibt es wirklich schöneres naja es geht ich sag mal man kann anbauen ich sag mal das hier geht doch um einige schneller weil man einfach mit der maus wesentlich schneller nach links und rechts gucken kann und da ist halt auch mehr feintuning bei so ich hätte lust diese beiden sachen miteinander zu verbinden ist hier irgendwo ein eingang of course not auch gleich im bett vor der nase sehr schön also wo wollen wir hin hier nicht nein hier geht es auch noch nicht weiter so jetzt wären wir hier aber ich möchte noch eine höher nämlich dahin das ist auch von der höhe ganz angenehm und jetzt kommen wir wieder runter das ist quasi dann hinterher der startpunkt des wassers gott ich liebe dieses bauwerk jetzt hätten wir ruhig noch größer bauen können so noch ein zwei arme dran hängen ist das hier nicht achter so dann haben wir hier unser unsere startposition dann gehen wir mal ein stück hoch müssen ja nicht gleich auf dem erdboden anfangen soll ja hier ein bisschen hin und her gehen noch mal fünf ein zwei drei vier fünf perfekt so die startposition machen wir komplett durchsichtig so jetzt fällt hier das wasser drauf fließt 7 weit 1 2 3 4 5 6 7 ich meine das war auch richtig übrigens tausche hier mal besser aus damit wenn wir was abbauen so das wasser kommt hier an und läuft dort runter noch ein weiter ging es nicht nur zum testen nee war also genau richtig hier so und jetzt und jetzt ist gut schade jetzt hätte ich da noch einen sand runter werfen sollen ja ich weiß ich hätte das mit einer kerze machen können anstatt ich den hätte ich hier ausrechnen können ach ich idiot so jetzt brauche ich hier ein farbiges glas nehmen wir einfach mal ach fangen wir mal mit blau an machen wir nee so viel brauche ich davon gar nicht warten wir erstmal ab wenn ich jetzt raten müsste würde ich sagen hier war das grundfeld 1 2 3 4 5 6 7 8 1 zu weit oder was meint ihr hier er auch wenn es mir das genick brechen wird ich muss nochmal hoch das wird einfacher je flacher es wird wir könnten natürlich auch noch aus glasstützen bauen das wäre wahrscheinlich sogar noch angebrachter war ja alles richtig aus glasstützen sagtest du die stehen dann einfach so im sand naja wahrscheinlich wird hier unten wasser reinlaufen lassen irgendwann zum glück können wir glas abbauen wie wir wollen hat einer mitgezählt wie hoch wir waren naja wir haben ja genug glas was hatte ich gesagt drei runter 1 2 3 4 ist wieder eine startposition hier 1 2 3 4 5 6 7 das andere auch 1 2 3 5 6 7 fehlt ein bisschen blau das muss ich ja solange es noch in der luft ist nicht unbedingt in dem gebiet hier halten das kann ja auch draußen rum fließen das wird ja ein bisschen dauern bis es irgendwann den boden erreicht obwohl ich finde jetzt hier dieses dunkelblau das finde ich gar nicht mal so schön vielleicht wirklich besser wenn wir es nur mit glas machen und dann das wasser einfach laufen lassen es ist schon wieder to dark too much gerade auch in dem texture pack hier na danke okay äh heute zettel schreibe ich mal auf fall schaden 1 gut wenn wir schon eh runtergefallen sind holen wir noch die meds und da bringen wir das bunte glas weg hier ist gar nichts runter ist gar nichts runtergefallen nö dann holen wir uns lieber noch eine dreifach ladung glas aber ich denke es wird nicht schlecht wir müssen ja auch nicht immer 7 nehmen schon weiter weg zum lager ich glaube untenrum wenn wir schneller gewesen dass haben wir heute mal klassisch mit weißem glas wovon wir mehr als genug haben noch und können auch schon wieder weg dann machen wir noch mal voll die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. So einigermaßen sollte es sich an den Gebietsgrenzen hier orientieren. Ja, die müssen wir dann von unten auf sammeln. Wir haben gar keinen Platz. Schlecht geplant. Und, naja, obwohl wir haben 5 Minuten, wir werden ja wohl in 5 Minuten irgendwie ins Deckglas loswerden. Ja, das mit dem Stoppsauger heute, das hat mich geärgert. Vor allem auch, dass ich beim Umtausch unter Generalverdacht stand. Ja, sie hätten den ja austauschen können. Ja, klar hätte ich's. Habe ich aber nicht. Und das ist der springende Punkt. Es ist doch heutzutage gang und gäbe, dass wirklich jeder unter Generalverdacht steht. So, das funktioniert. Das funktioniert auch. Und dann ist es eins zu weit. Und hier hätte ich dann gerne wieder davon ein. Und auf der Seite genauso. Und man merkt schon, worauf es hinausläuft. Das wird nach unten hin immer breiter und breiter und breiter. Jetzt hatte ich hier vorne eine Kiste stehen. Da können wir ja erstmal vielleicht zwei Stacks reintun. Und dann können wir noch das hier mitnehmen. Und dann können wir das hier mitnehmen. Und dann können wir hier mitnehmen. Und dann können wir das hier mitnehmen. Die erste Schale so komisch gebaut, das könnten wir jetzt eigentlich auch mal anpassen. Sobald ich wieder unten bin, sammeln wir das dann alles auf. Dann ist das hier zumindest mal alles einheitlich. Sobald ich wieder unten bin.